In einer weit entfernten Forschungseinrichtung wurden gerade die letzten 10% des menschlichen Erbguts entschlüsselt. Und damit brach die Hölle los. Nun wurde ein Hilferuf ausgesandt. Showtime! Hör zu Männer, wir greifen an. Wenn es atmet, tötet es. Da kommt etwas hinter euch her! Es ist in der Kanalisation! Was ist das? Wir müssen sofort weg! Evakuieren! Da ist einer! Hör zu! Hör zu! Nein! Hör zu!